Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz und ich bin es ehrlich gesagt leid, wie wir seit Jahrzehnten kämpfen darum, dass NGOs und Antifa-Gruppen, die sich engagieren, immer um ihr Geld dringen und von Jahr zu Jahr nur Arbeitsverträge abschließen können, meine Damen und Herren. Das reicht nicht. Sie müssen eine verlässliche Finanzierung haben. Wir sind es leid, dass zwischendurch einigen das Geld gestrichen wird. Das Geld gestrichen wird, meine Damen und Herren, dann wird es wieder angeglichen. Dann reden Sie über ein Demokratiefördergesetz. Wir wollen dieses Gesetz endlich haben. Es gehört mit in den Teil Bekämpfung des Rechtsextremismus.